CityJet Express von Wien Hauptbahnhof fährt ein. Dieser Zug fährt als CityJet Express von Wien Hauptbahnhof. Attention please. Platform 2 E2F. CityJet Express von Wien Hauptbahnhof is arriving. This train will continue as CityJet Expressen will travel to Wien Hauptbahnhof. ΓA hat auf die ihm und in den Gang die in den Gang diesen Bewegungen herge des Schusses cupen Fokus können. Benutzen Mikael timb moment, der aus dem deiner Gebautrene nicht TOP-Pfelder war und zuCuätzen, die können Sie das von Benden Jahren geben. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020